Ich mag am liebsten Johannisbeer-Pago, gespritzt mit Leitungswasser. Das erinnert mich immer an meine Kindheit, wo ich die Johannisbeeren ein bisschen pflückt habe und jetzt trinke ich es halt. Die Alm 1350 ist eine Skihütte. Die Lage ist eine wunderschöne, sonnenseitige Lage. Wenn man da auf der Terrassenausten sitzt und ich mir noch Zeit nehme, dass ich zu meiner Stammgästin sitze und dass du dann nur positive Sachen hörst, das lässt das Herz einfach draufleben. Unsere Mama ist einfach das größte Vorbild für uns. Wenn irgendwas ist, können wir immer zu ihr kommen. Und sie hat natürlich in schwierigen Situationen immer eine Lösung parat. Wir arbeiten einfach gern zusammen. Genuss hat für mich einen sehr großen Stellenwert. Ich sitze sehr auf Regionalität und Saisonalität, auch allein in meiner Backstube, wo Bago da ein super Partner ist, weil der das einfach widerspiegelt. Die Alm ist ein Ort des Zusammenkommens und des Runterkommens und der Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.